Hi Leute, ich bin wieder da mit einem kleinen Video. Was ich hier ziemlich lustig finde, was heißt lustig? Ich habe das letztens hier so geplant, also mein Laptop macht gerade so Festplatten. Aber wenn man so sieht, wie viele Dateien da zu verarbeiten hat, dann lache ich. Ja, das finde ich echt so ein bisschen lustig gerade. Ja, das kann denke ich noch ein bisschen dauern. Es ist schon relativ spät, aber naja. Aber ich wollte euch mal auf dem neuesten Stand halten, dass mein Laptop letztens ein bisschen, also dieser Laptop ein bisschen gesponnen hat und sich nicht hochfallen wollte. Und ja, jetzt habe ich letztens so eingestellt eine Festplattenüberprüfung und ja, einfach mal so auf dem neuesten Stand zu halten. Ja, wollte ich euch mal. Weil ich ja schon lange, 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 lange keine Videos mal so lange habe. Also es ist erst schon sehr lange her. Tut mir leid, Leute, weil ich ja so ein bisschen, ja, so, ich weiß nicht, ich habe zwar Lust, Let's Plays oder sonst was aufzunehmen, aber ja, ich weiß nicht. Irgendwie kein, ja, keine Zeit. Also ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel, aber ich wollte euch das nur mal zeigen. Also es sieht ziemlich lustig aus, weil das echt, was sind da für Dateien drauf, frage ich mich gerade. Was sind das für Dateien? Ne, ich weiß nicht. Aber es sind echt viele Dateien, die verarbeitet werden müssen, die Daten setzen, verarbeitet werden. Also es sind echt viele Datensätze vorhanden. Okay, schön und gut. Und das wollte ich immer sagen. Und ja, okay, dann macht es das mal gut, Leute. Ja, habe ich ja lieb. Ich freue mich über Kommentare, über, ja, YouTube ist ja nicht mehr so Freundschaftsabfragen mäßig, ist ja nicht mehr so. Aber da freue ich mich auch drüber, wenn irgendwas kommt. Überhaupt irgendwas kommt, sag ich jetzt vorher und dann, okay, dann mach es das mal gut und ja, ciao.